hallo freunde der virtuellen realität schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen 1500 abo special und ja wer ihn nicht kennt er ist ben ich bin sebastian und ja schön dass ihr eingeschaltet habt ja 1500 abos sind endlich geknackt und ich möchte mich tierisch bei euch bedanken also vielen vielen dank ist wahnsinn was hier der letzte zeit abging ohne ende kommentare ohne ende abos natürlich auch wegen den guten stück hier der pico 4 hat natürlich sehr viel aufmerksamkeit bekommen dann gab es aber auch noch eine schattenseite wer es nicht mitbekommen hat ich bin quasi attackiert worden von irgendwem der meint es witzig zu finden mein kanal mit abokauf und so weiter ja zu unterstützen ja ist eigentlich eher negativ wenn man abos kauft und eventuell sogar likes und klicks bin ich mir nicht sicher youtube ist informiert youtube hat gesagt es geht sogar jetzt eine etage höher die wollen jetzt herausfinden was da genau los ist aber ich habe bin stetigen e mail kontakt mit denen und ja da bin ich mal gespannt was da kommt aber die gekauften abos die 500 dies waren die sind innerhalb von anderthalb tagen auch wieder weggewiesen das ist das positive also wir sind jetzt wirklich bei ja wir katzen aktuell kurz vor 1600 aber die 1500 sind geknackt definitiv da bin ich ja auch stolz drauf ich würde auch niemals im leben würde mir einfallen abos zu kaufen weil ich freue mich echt um jedes abo was ihr mir gebt jedes kommentar jedes like was ich mir dann verdient habe durch durch meine videos und das würde ich mir gar nicht nehmen lassen um irgendwie ja einfach mehr abos zu haben ist einfach schwachsinn ich mache das hier aus hobby es wäre cool wenn aus hobby irgendwann ein bisschen teilzeit beruf wird aber er geht es in die hobby schiene halt rein und ja dafür möchte ich mich bei euch bedanken und ja was können können wir fans am besten gebrauchen ja geld geld braucht man immer aber die spiele keys habe ich mir gedacht sind gehen immer gut und ja ich habe einige entwickler angeschrieben mit denen schon lange in kontakt bin es sind sogar noch 23 in der pipeline wo ich nicht weiß bekomme ich da eventuell doch noch was entschuldigung auf jeden fall habe ich jetzt schon eine ganz gute liste zusammen was ich für keys habe und die gehe ich mal ganz kurz mit euch durch es wird mehrere videos geben mehrere gewinnspiele und dieses intro was ich jetzt hier aufnehmen ist aber an jedem video oder an jedem game gewinnspiel dran also das ist das erste video was ihr dann seht fand ich jetzt am einfachsten so zu machen auch wenigen kommentaren es gibt verschiedene keys verschiedene plattformen auch von der anzahl her ist das teilweise unterschiedlich von daher ist es am einfachsten wenn man für jedes spiel ein eigenes video macht ja wir haben wanderer haben wir ein steam key bekommen wir haben die mio zwei keys bekommen da können wir uns die plattform sogar aussuchen dann haben wir sie secret of retropolis die haben mir sechs keys zur verfügung gestellt drei steam keys drei quest keys dann haben wir after the fall after the fall die haben mir auch sechs keys zur verfügung gestellt also mega auch für meta quest playstation vr und steam jeweils zwei keys und dann haben wir blade and sorcery da habe ich zwei steam keys bekommen und mega also ich finde das sind alles richtig geile games und ich bin super dankbar dass die mir die dies hier gegeben haben und ja sehr viele entwickler haben auch geschrieben es wäre echt nett aber auch an die leute da draußen die das spiel eventuell sogar haben alle spiele egal welche schreibt rezensionen wenn euch besonders wenn euch das spiel gefällt schreibt rezensionen meistens schreiben die leute nur rezensionen wenn ihnen was nicht gefällt aber die vr entwickler brauchen unbedingt mehr unterstützung besonders bei steam via es ist so wichtig positive bewertung zu haben als am ranking gibt und so weiter und von daher schreibt positive rezensionen wenn euch ein spiel gefällt das ist mega wichtig und natürlich wenn ihr hier diese spiele auch gewinnen solltet würde ich mich natürlich freuen wenn ihr dahingehend auch den entwicklern ein bisschen unterstützung leistet ja leute nach diesem video jetzt hier nach diesem intro wird es dann zu dem jeweiligen spiel gehen und zu dem jeweiligen gewinnspiel und ja ich gebe mal ab an sebastian ja leute hier könnt ihr blade and sorcery gewinnen ich habe zwei steam keys zu verlosen und ja richtig geiles game also das was die da auf die beine gestellt hat das hat ja angefangen mit einem entwickler und er hat sich natürlich noch hilfe geholt aber das was die er geschafft haben wahnsinn also die pc via version ist schon grafisch echt toll und auch spielerisch macht es richtig spaß und ja da kann man oder da muss man einfach das muss ist ein must have titel den man haben muss ich wollte sagen kann man kaufen ein muss man haben weil sie den noch nicht habt könnt ihr den jetzt hier gewinnen und ja wie könnt ihr den gewinnen auf meinem kanal also ihr müsst abonnent sein das ist natürlich schon mal fakt dann solltet ihr ein kommentar schreiben dass ihr gewinnen wollt und dann ist auch noch ein codeword was gleich noch dazu kommt ist auch wichtig ohne das codeword wenn das nicht in den kommentaren steht ja könnt ihr nicht gewinnen und ja es gibt auch hier nur einen gewinner pro key also zwei keys aber ein gewinner also es gibt jetzt zwei gewinner und die hier mit dem steam key raus gehen und ja da braucht ihr auch extra keine plattform oder so nennen einfach nur ja dass ihr gewinnen wollt und das codeword und ja da streichle der tun ja ist immer noch im early access aber es funktioniert schon alles echt sehr sehr gut egal auch ob der auf der quest auf der pico 4 mega also das game ist ein must have titel definitiv besonders jetzt mit dem neuen update dass man da nicht nur ein sandbox game hat sondern auch wirklich ein bisschen ja nicht story modus aber man kann wirklich da was erleben und hat da immer ein neues level sage ich mal was man spielen kann blutig ist es wie man hier gerade sieht also nichts für schwache nerven aber auch wenn es teilweise echt psychomäßig ist macht es einfach nur spaß also mir macht spaß auch wenn es so mega blutig ist ja leute also codeword ist blut also das müsst ihr definitiv mit den in den kommentaren packen und dass ihr natürlich gewinnen wollt und ja abonnieren wäre noch fair und wenn ihr das gewonnen habt wäre natürlich cool ja die die entwickler bitten mich immer darum rezession zu schreiben und auch den leuten zu sagen bitte schreibt rezensionen und ja hier kann ich auch nur wieder sagen leute wenn ihr das game schon habt und ihr findet das gut schreibt rezensionen also das hilft dem entwicklern sehr es gibt ein steam ranking wo es wo das dann um rezessionen gibt und positive und ja das hilft den entwicklern enorm und ja wir wollen ja alle das solch coole spiele öfters ja auch unsere vr brillen kommen und das geht wirklich nur wenn wir die entwickler dahingehend auch unterstützen ja das spiel kostet normal 19 euro 99 ist für alle möglichen möglichen vr brillen verfügbar und wird immer wieder abgedatet also die updates die lassen können sich jetzt echt sehen lassen muss ich sagen ja leute hier gibt es zwei steam keys zu gewinnen also ich wünsche euch viel glück jetzt den abo button drücken definitiv kommentar hier lassen und ich wünsche euch viel glück dann dabei und ja dankeschön fürs zuschauen bis dann ciao